Die Ischoren oder Ingria gehören zu den Finugriern. Sie leben in den Raionen Lomonosov und Kingeseb in der Oblast Leningrad, der historischen Landschaft in Schörmenund sowie Estland. Die Bevölkerungszahl lag 1989 bei 820. Nur 36,8% beherrschten noch die ischorische Sprache. Sie gehört zur nördlichen Gruppe der ostseefinnischen Sprachen. Literatursprache ist russisch. Die Ischoren sind orthodoxe Christen. Gelegentlich werden auch die lutherischen Finnen im Ingermenland als Ingria bezeichnet. Richtiger sind für diese Volksgruppe die Bezeichnungen Ingermenländer und Ingermenland-Finn. Im Finnischen werden die Ischoren Inkeriko genannt, die Ingermenland-Finnen in Kareliiset oder Inka in Sur-Maleset. Geschichte Die Ischoren wanderten um 1100 aus Süd-Karelien nach Ingermenland, einer Region um St. Petersburg herum, ein. Wo sie zunächst im Bereich des Nevazuflusses Ischora siedelten und einheimische Finne-Ugrir, insbesondere Teile der Voten, integrierten. Sie bildeten einen Teil der judischen Bevölkerung des Novgorod-Fürstentums bzw. der mittelalterlichen Republik Novgorod. 1228 wurden die Ischoren als Gebiet und Volksstamm in russischen Chroniken erwähnt. Mit der Unterwerfung Novgorod durch Ivan III. Ende des 15. Jahrhunderts kamen sie unter die unmittelbare Herrschaft Moskaus. Im frühen 16. Jahrhundert hatten sich nach umstrittenen Schätzungen etwa 70.000 Ischoren bereits dem christlichen Glauben zugewandt. Sie gehörten zur orthodoxen Kirche. Mehr als ein Jahrhundert lang bis zum Ende des Großen Nordischen Krieges 1721 war das Land der Ischoren schwedisch. Die evangelischen Finnen stellten am Ende dieses Zeitraums die Bevölkerungsmehrheit im Gebiet. Nach der russischen Eroberung setzte sich der Prozess der friedlichen Rassifizierung der Ischoren fort. Der auch viele Aspekte der Kultur einschloss gab es noch ein und 20.700 Ischoren. Bis 1926 war ihr Zahl sogar auf 26.137 gewachsen. Nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland wurde zunächst eine Schriftsprache für die Ischoren geschaffen. Und etwa 20 Bücher erschienen bis zur Mitte der 1930er Jahre. Dann wurde die Schriftsprache wieder abgeschafft und die neu entstandenen Schulen geschlossen. Der Zweite Weltkrieg stellte einen schwerwiegenden Einschnitt dar. Nach Finnland geflohen oder evakuierte Ischoren mussten ausgeliefert werden und wurden bis 1956 deportiert. Seit dieser Zeit hat äußerer Druck offenbar zur Aufgabe ischiorischer Identität durch die Mehrheit der ursprünglich ischiorischen Bevölkerung geführt. 1959 wurde ihre Zahl nur noch mit 1026 angegeben.